aufgenommen jetzt nicht mehr ich nehm auf bitte nehmt das auf oh mein ich bin gern dabei die leute kommen nicht aufs video klar ist youtube kommt nicht klar ich will das gar nicht beim rendern sehen ich will das gar nicht beim rendern sehen wie schnell das abgeht was machst du da viele was hast du eigentlich so slow as fuck und jetzt ja normal das ist normal meine lieben kinder so läuft was ich hänge in der wand schnell und einfach mit vollgeschwindigkeit das nicht doppel springen und einfach die niedlich benutzen du steckst auch automatisch in der wand fest das sind die besten nur bei uns auf dem kanal habt ihr das überhaupt noch gelesen dass wo ihr geschrieben habt slam throw und ich dann sie ja ja hab ich hab's gelesen ich will treff den ball nicht ich habe doch sehr schnell eingestellt so dass man überhaupt nicht betrifft ich drücke einfach nur kreis und ja ich hoffe dass du den ball triffst ja ich hab den ball getroffen ich hab ihn auch schon das zweite mal getroffen hast du zerstörungen an oder aus? aus oder? Philipp wo bist du? du musst einfach ganz klein springen und dann dich in den kreis drehen ich weiß wer bleibt sein ne einfach wie du über den Boden schwebst einfach zurück in die zukunftsteil so du musst auf den kopf drehen und dann kreis drücken ok und dann gut rumdringen das geht nicht ich hab's nicht ich komm nicht klar ach ich das ist doch nur langsam ey ein bisschen schnell nur langsam ich hab geht so es geht schneller wie fühlt sich Sonic jeden Tag? hehehe nein auch meinung ich hätte ihn fast ich auch Alter was ist das? guck doch bitte das replay an ich hoffe man sieht mich noch und nicht so und nicht so dann doch ich hui oh man leider wie schön vorbeigeflungen bin los geht's ich drück noch R2 der ball fliegt sich raus der ball fliegt von allein das ist normal im Basketball ja aber so hoch bei einer berühmt da wird nicht mal berühmt oh mein gott lasst du das für nix das für nix scheiße wieso musst du unbedingt boosten jetzt grad nein wie ein Tor ne ne ein Tor für Basketball kann man spülen aber geht noch zu zweit geht noch zu zweit ich bin ein Rakete fahre hin das ist ein Tor 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 Ich kling ihn nicht huiiiiiii weißt du da spiel ich nicht lieber da fahr ich böter rum und machen und probier ich die ich kling gleich ich kling Wir versuchen den Tor das ist ein Tor das ist ein Tor ist man nicht nach oben dann mich dann oben noch springen und hoch ich war man muss auch einfach nur zu schauen ich bin zu schnell ich bin ich bin super mario genau super mario ist so schnell super mario gemixt mit sonic es gibt so welche wie nennt man das bootlegs die bei einem feinen jetzt muss er gerade ja ich bin nicht mal mehr boden ok alter der doppel sprung in der luft mit der grund der ist auch wichtig bei ja ja ich habe fast reingemacht hallo das ist von mir gleich ich habe mich gerade da wegfliegen sind okay wieder raus ich habe noch gebraucht es ist zu fast und noch ein paar schaffen wir die folge kommt also diese folge von rocket die kommt am nächsten jahr 2018 um genau am sonntag wo die 500.000 der folge ist wahrscheinlich ein kurs sicher oder da sollte also ich glaube egal ein krein maker der rhein maker ich habe das nicht mittelfeldpass und ein tor unten das habe ich zweimal mittelfeld verschreiten doch überhaupt schon wieder die ganze die leuten ich habe okay leute versucht jetzt mal was legt euch auf am boden legt euch erst mal hin und dann drückt und dann noch und dann boost Yaaaay! Das ist das ganze, was es gibt! Ahh, das ist egal! Ich sehe hier 10 Leute herumfliegen, helf mich! Ja, einer davon kann durch sein. Ja, Anton! Komm nach dir! Ja, der Gegner hat reingemacht! Ich einfach... Was hab ich denn? Ich bin deine Luft! Komm da genau rein, Leute, Anton! Nice! Was hab ich denn? Und ich bin zufällig, dass die Kamera mich nicht mehr aufnimmt. Fuck! Äh? Oh fuck! Wampus! Äh, Wampus! Hast du? Ich bin wieder... Ich flieg wieder auf! Ich flieg wieder ganz knapp über den Boden, das ist noch das Witzigste, irgendwie. Ich bin wenigstens ernst! Ich hänge da... Ich hänge da lang fest! Du müsst einfach so doppelspringen und ganz knapp über den Boden fliegen, schaut auch gut aus. Du musst Doppelklick machen, du musst Doppel-X drücken und dann Boost aktivieren direkt danach. Hm... Ich bin auch da... Ich bin auch da... Weißt du was machen kannst? Ich traurig machen! Ich probier's grad schon Barton. Ja, ich probier's auch schon die ganze Zeit, aber ich träg' den Ball nicht. Fuck! Das wär'n Torschuss, der wär' so geil! Wir sollten meine Looping machen nach unseren Bewegungen. Äh... Also... Das ist... Der... Rocket League Spielmodus, wenn er euch langweilig ist. Wenn euch das normal langweilt. Einfach das hier spielen! Wuuu! Schau mal noch! Ich krieg' alle weg! Ich... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab doppelt gesprungen. Ja. Interfeld-Pass. Ja. Bin ich Barton die einzige, die ich gespielt spielen kann? Ich versuch' grad' den Ball zu treffen. Uuuu! Ja! Die ganze Zeit! Ich seh' jetzt... Also Bart... Also Bart die ganze Zeit den Ball hinterher. Das könnte ich auch sein. Ich bin ja... Äh... Neu... Äh... Raketenspuren in der Luft immer sehr gut. Mh... Ich bin ein Raumschiff von der Erde! Ich bin ein Raumschiff von der Erde! Ach fuck! Wir sollten echt mal an diesen Würfel spielen! Nächste Einstellung wird sowieso besser! Wieso? Ich hab was geplant! Ach fuck! Ich hab ihn nicht erwischt! Wir haben gegen Boss... verloren! Ist egal! Noch ein Tor reicht, dann haben wir gewonnen! Ein Tor brauchen wir noch, jetzt bitte ernst! Wir haben Spaß! Ok Auto! Verfolgungssensor aktivieren! Ok Google! Das rein try in das Auto! Ne, ich versuche einfach rein zu drücken, weil das Verfolgungssensor... Ok Google! Mein random Tor! Guck! Random Tor! Das war fast ein Redemann! Redemann Tor! Der kommt eh nicht der Boden auf der Ball! Trophäe erhalten! Trophäe erhalten! Vorrächtig! Das ist die nächste Einstellung die du machst! Falte Piere! Falte Piere!